hallo leute ja wir sind hier wieder unterwegs ich habe alles abgeladen ich bin mir jetzt gar nicht sicher ob ich an diesem punkt ausgestiegen bin letztes mal aber es könnte sein auf jeden fall kann man hier was weiterentdecken das machen wir da hinten ist auch schon ein bisschen was los und lc4 keine ahnung ob der gut ist oder schlecht ist vielleicht können wir den auch mal fangen probieren wir doch mal aus und schauts logo und dann gucken wir wie es weitergeht irgendwie sieht es aus als ob das mehrere sind aber die kämpfen untereinander oder ich glaube wir müssen mal gerade meinen kollegen rausholen ich glaube der hätte schon wieder alle kaputt gemacht oder nein noch nicht alle aber jetzt ich habe ihn zu spät reingeholt ah nee ich habe ihn nicht zu spät reingeholt ich habe ihn gefangen hier ist die säule jetzt kommt gerade feuer das ist nicht so gut vielleicht kriegen jetzt natürlich nicht aber jetzt habe ich noch grün habe ich noch okay aber wenn ich noch mal schieße ist er tot oder kann das sein jetzt nein bitte jetzt kommen komm irgendwann muss es doch mal klappen oder okay ich sehe gerade keine chance dass ich gleich tot bin nur leider so ging es jetzt weil ich schon zu schwach war ja die habe ich jetzt natürlich nicht gekriegt ne giftdrüsen gab es jetzt hier da hinten ist noch ein lager da gehen wir jetzt erstmal hin 400 500 da sollte auch so reichen oder ich glaube hier sind auch gar keine mehr die sind alle gestorben schon den können wir jetzt uns befreien wo ist das schloss da aber das ist ja schön da drunter zu kommen einer mehr von den asox da hinten liegt eine grüne kugel ich glaube die holen wir mal oder so einmal karte schauen und 180 grad drehung dann geht es weiter das ist ja jetzt aggro ist gar nicht mehr da auch gut da gibt es wieder leute die da kämpfen jetzt mal für eine würfe die armen brust die sind schon alle durch oder da hinten sind noch mehr von denen ist der kaputt du kommst zu spät ist schon erledigt gut karte noch mal gut hier ist ein schöner weg lang da stehen noch mal zwei von denen oder drei schon erledigt der ist schon so stark der schießt einmal drauf und die sind tot ok können wir noch was gutes looten feiler feiler karte karte und sich im strand ok nach rechts müssen wir mal gucken da geht es nämlich weiter und da kommen wir vielleicht rüber diesmal ja und eine kiste nehmen wir mit goldminsenfeil feder haarschmuckbauplan ok und silberschlüssel haben verbraucht dafür das war pistolen munition die wir dann eher nicht brauchten kenne ich diese viecher die da gerade rum hüpfen oder kenne ich die noch gar nicht koppeln kenne ich noch nicht ok noch ein bisschen stärker karte 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 hoch. Ich hoffe. Schwimmung geht, das kann man schon ganz gut. Ich hoffe wir kommen hier an der Wand hoch. Das sieht gut aus oder? Ja, kommt schon hoch. Aufheben, sehr schön. Da drüben ist noch ein Eil. Was leuchtet das da? Es ist nur reiner Zufall, dass der Baum so leuchtet. Wahrscheinlich, ne? Schwimmen wir mal hier rüber. Die Piepvögel haben wir bestimmt auch noch nicht, ne? Ein heißes Ei. Ne, doch, die haben wir schon. War hier noch eine Kiste oder was war hier noch? Ja, gute Frage. Karte. Wir können immer noch hier weiter entdecken. Oder aber da rüben. Ich glaube wir gehen wieder rüber. Also schwimmen können wir schon besser wie fliegen, glaube, ne? Weil das verbraucht sich weniger. Was blinkt da? Ein Ei. Sehr schön. Wie ist es mit den beiden? Ah, es sind wieder, es sind immer Dreiergruppen, ne? Ja. War schon tot. Schade. Aber ich glaube, die sind auch etwas schwierig zu kriegen. Da ist noch eine Kiste. Schließe verbraucht. Goldmünze, Pfeil und Musketenbauplan. Da haben wir schon alles. Brauchen wir nicht mehr. Ja, gehen wir da mal hinten hin. Da wo diese hohen Berge sind, oder? Vielleicht finden wir hier auch ein Dingenspunkt. Ein Schnellreisepunkt. Noch wird da oben keine angezeigt. Da ist auf jeden Fall eine Munitionskiste. Oder falsche Munition. Die Machete müssen wir mal ausbauen, ne? Die ist ja nicht so dolle. Da haben wir eigentlich bessere Waffen. Ah, da ist ein Dingens. Schnellreisepunkt. Dann besuchen wir den nochmal. Erstmal hier die Kiste noch mitgenommen. Goldmünzen, Brot und Silberschlüssel. Okay, da haben wir ihn wieder. Der irgendwo da muss der Schnellreisepunkt sein. Was war das für einer? Okay. Das kenne ich noch nicht. Ist auf jeden Fall stark. Trinken wir den so? Ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht so ein, ne? Sehr schön. Gorirat. Einen Faulpelz. Na super. Einen Knochen haben wir mal gekriegt. Die Statue ist hier lang. Und wie sieht es mir so aus, als ob in so einer Nische so ein grünes Viech sein könnte. Liftbank Statue, oder wie heißen sie? Warte. Warte, ich muss gerade diese Sphäre haben und dann kümmere ich mich um euch. Okay? Oh. Können wir mal gerade den E rauslassen? Elektro-Shop bindet mich dann. Okay, kannst wieder reinkommen. Alles Pfeile nur, ne? Statue wo? Ist auch nicht da ganz oben, aber wahrscheinlich. Gucken wir mal, dass wir da hinkommen, ne? Ah, da sind noch wieder welche. Da sind sogar diesmal ein paar mehr, ne? Wir müssen mal die Waffe wechseln. Vielleicht sollen wir mal jetzt die Dingens kriegen, ne? Wie heißt das? Die Machete kriegen, wo ist sie denn jetzt? Ah. Keiner mitgekommen? Ne, wohl nicht. Wie kriege ich denn jetzt die Machete? Bitteschön mal einmal. Ne, das war wieder am Brust. Da ist sie jetzt endlich. Sind die jetzt alle tot? Ich glaube nicht, oder? Wohl doch. Da hat sie doch noch alle kaputt gemacht. Vielleicht hat sie auch wer anders kaputt gemacht. Wir gehen erstmal hoch zur Statue, das ist wichtig. Wo steiler Anstieg hier. Sehr cool hier aber. Der habe ich hier so hoch gemacht. Ah, hier ist gerade eine Statue. Woll nicht. Komm du mal rein, du irritierst mich gerade. Geh mal hoch. Hier so eine Serpentine hoch, voll cool. Jetzt gehe ich aber nicht zur Statue. Dann müsste man mal wieder rüber gehen, oder? Ich glaube, da dreht er sich, oder? Ne. Nicht wirklich. Was macht die Karte? Ah, ok. So, wir werden weiter rumlaufen. Ich würde sagen, wir machen hier aber erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit wir jetzt das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wo ist denn hier der Weg? Ah, da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020